Ich bekämpfe mich gerade. Oh, das ist ein Enderman. Kommst du zurück? Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, ich sterbe. Den ersten Tag haben wir überlebt, diesen. Ja. Aber werden wir den nächsten Tag überleben? Das finden wir gleich heraus. Bist du bereit, Mann? Ich bin bereit, Mann. Okay, deine Idee war auf jeden Fall Cleanstone und sowas machen und dann die Höhle, den Eingang so ein bisschen verdichten, aber wir müssen da eh abhauen. Lass uns erstmal reingehen und dann besprechen wir alles. Okay, dann drei, zwei, eins und go. Logging in. Anmelden. So, jetzt müssen wir es mal testen. So, hallo. Aber wir können uns nicht bewegen erstmal. Ich kann mich nicht bewegen. Zehn Sekunden. Ich will aber kämpfen. Ich will dich auch bewegen. Nee, warte mal. Wir sind im Team. Wir sind im Team. Vielleicht auch nicht. Okay, pass auf, pass auf. Soll ich dich hauen oder hau ich mich? Jetzt diesmal hau ich mich dich. Okay, hau mich. Oh, geht. Sehr gut, wir sind im Team. Wir sind in Team. Supi. So. Dann würde ich sagen, geh ich jetzt mal hoch und mach den Cleanstone ready. Ja? Mach den Cleanstone ready, währenddessen ich mich unten ein bisschen durchgrabe. Okay? Machen wir das so? Alles klar, Mann. Weißt du, was immer spannend ist, wenn man auf Server joint? Was denn? Warte mal, hör ich den Creeper? Warte mal. Ob jemand dazukommt, den man nicht kennt? Ja, ja. Ob jemand dazukommt. Okay, gut. Ich bin gespannt und bin auch super dabei, gerade beim Abbauen. Das ist einfach nur super unterhaltsam. Gut. Nee, weißt du, was jetzt perfekt wäre? Wenn wir, wenn ich den Ton mal ein bisschen lauter mache. Warte mal, das ist ziemlich leise, dieses dumme, tolle Spiel. Dieses dumme, tolle, super tolle Spiel. Ich hätte gerne mal Fackeln oder so. Hast du Fackeln? Ähm, ja, ja, ja. Nee, nein, nein, nein. Ich habe alle benutzt, aber ich habe Kohle. Wir müssen jetzt halt noch Holz. Wie soll ich Holz holen? Holen gehen? Holen. Hol du mal ein bisschen Holz. Weißt du, was das optimalste jetzt wäre? Was denn? Wenn wir jetzt noch eine Höhle finden, in der wir uns hier durchbuddeln. Ja, ich bin schon dabei. Also, ich gehe... Oh, ich habe Eisen. Habe Eisen. Nice. Oh, es ist dunkel draußen. Soll ich wirklich rausgehen? Ich weiß es nicht. Bleib lieber drin, Mann. Bleib lieber drin. Oder wir gehen gemeinsam raus. Ja, lass uns gemeinsam rausgehen, Mann. Aber ich habe jetzt viermal Eisen. Ich habe viermal Eisen. Das ist gut, Mann. Das ist gut. Und ich habe achtmal, ähm, ge-guckt Matten. Da können wir uns auch direkt mal drauflegen. Du hast Club Mate? Ey, du hast hier... Okay. Weißt du, was du gerade getan hast? Was denn? Du hast das Wasser hier reingelassen, ne? Na, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nee, es ist bis unten durchgeflogen. Und ich bin fast ertrunken gerade, ne? Als ob. Das ist kein Witz, Junge. Das ist... Nee, aber ich habe es abgedichtet hier. Es ist nichts mehr. Ja, okay. Jetzt fließt es langsam ab. Aber es ist auf jeden Fall drin jetzt hier. Ja. Aber es... Okay, die spawnt er gleich. Okay, warte mal. Es ist halt ein bisschen nass jetzt da. Stell es nicht an. Bist nicht aus Zucker. Ich bin nicht aus Zucker, aber ich muss die Fackeln neu setzen, weil die sind jetzt natürlich weg. Ja, okay. So, da unten noch eine. Und alles ist gut. Okay. Okay. Drei Fackeln. Warte mal, die... Yes. Ich bekämpfe mich hier gerade. Oh, das ist ein Enderman. Kommt zurück. Nein. Nein, 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 nein. Hilfe. Hilfe. Ich sterbe. 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 Ich glaube dir kein bisschen, Mann. Ich sterbe. Alter, ich sterbe. Hör auf damit, Mann. Hilf mir. Du hast schon wieder Wasser reingelassen, ne? Das ist ein Enderman. Komm, ja schon. Nein, das ist ein Minizombi. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe den Enderman zu sehr angeguckt. Ich war fast gestorben. Kannst du es mal zumachen, bitte? Warte. Ich schwirme. Ich dachte, der verarscht mich schon wieder, Junge. Nein, Mann. Ich habe nur drei Herzchen gehabt. Der hat mich zweimal gehittet und ich bin fast tot. Ich habe nur kurz hingeguckt. Ich habe ihn nicht lange angeguckt. Okay, gut. Gut. Dann hätten wir das geklärt. Ich hole mal kurz die Fackeln. Ähm. Okay, passt schon. Warte mal, wenn ich jetzt rausgehe, jagt er mich immer noch, oder nicht? Wir bleiben jetzt hier drin, dass das klar ist, ja? Wir bleiben jetzt hier drin und graben jetzt einfach weiter. Okay. Nicht, dass er wieder auftaucht. Ich habe meinen Bildschirm angespuckt vor Aufregung. Ich habe ihn gehört. Was ist denn los, Mann, hier in dem... Ich höre ihn die ganze Zeit, Mann. Beruhigungsblume. Ja, komm runter. Die... Hier ist viel zu wenig Platz für den. Der kann ja nichts bauen. Okay, 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 Mann. Wow, Alter, du wärst... Ey, wenn du von einem Enderman getötet worden wärst, jetzt, ne? Das wäre unglaublich. Wow, das wäre echt der dümmste Tod überhaupt. Krass. Na gut. Okay, Fackel. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ich bin... Ich bin gerade geschockt. Du bist geschockt hier. Ich habe noch eine Fackel für dich hingelegt. Ich kann nicht mehr. Ich bin schockgelähmt. Ich bin schockgelähmt. Wollen wir einfach mal stundenlang jetzt hier rumsitzen und nichts tun? Ja, bitte, Mann. Spitzhack ist kaputt. Hast du noch einen Ofen dabei? Und ein bisschen Kohle? Dann können wir ein bisschen Eisen verwenden. Äh, warte mal. Ich... Äh... Da. Alter, ich zitter am ganzen Körper. Das ist unglaublich. Ich bin das überhaupt gar nicht ernst, Alter. Ich bin total relaxed. Du? Ja, du bist ja auch nicht gerade gestorben fast. Achso, ich habe ja die Öfen. Okay, warte mal. Gut. Ich habe mein Ofen jetzt hingelegt. Mach mal. Mach mal Eisen. Setz noch einen, dann können wir Cleanstorm machen irgendwo. Was machen wir denn mit dem... Ja, rutsch mal. Oder okay. Hier. Wie lange verfolgt ein Slenderman so jetzt? Der ist weg. Ich glaube, der ist weg. Wie machen wir das mit dem Eisen? Machen wir uns eine Spitzhacke oder machen wir uns ein Schwert? Aber erst mal Spitzhacke, oder? Dass wir dort... Ja, ja. Spitzhacken wären spitze. Ich habe jetzt Paranoia. Ja. Ja, ja. Pass auf. Warte mal. Lass uns erst mal jetzt Eisen... Nein. Eine Eisenspitzhacke? Ja, Eisenspitzhacke muss schon sein, oder? Eisenspitzhacke muss sein. Dann können wir zumindest mal ein bisschen schneller farmen. Und nach unten uns graben. Und vielleicht findet man eine Höhle, die uns dann sofort umbringt, weil... Was ist denn ein Diorit und was ist ein Andesit? Was sind das für Teile hier? Was? Was ist denn das jetzt her? Weiß nicht. Das ist Diorit und Andesit. Das ist so eine Art Gravel, oder? So ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. So, warte mal. Okay, ich warte. Gebratenes Tuna-Fleisch. Wir müssen auch dann Essen holen und so einen Scheiß. Ich habe nur ein bisschen was. Willst du was haben? Brauchst du was? Nee, nee, nee. Gerade nicht gerade. Ich habe dir zwei gegeben. Ja, danke, danke, danke. Aber demnächst sollten wir uns echt irgendwie... Sicherheit. ...nach draußen gehen und... Ja, wenn es hell ist. Wenn es hell ist. Es wurde ja hell gerade. Ach so, dann lass uns rausgehen. Alter, da ist aber dieser blöde Typ, Mann. Okay, lass uns gehen. Dann gehe ich vor und schaue mal, wie es aussieht, okay? Als ob er dich dann angreift. Der tötet ja nur mich. Hast du das Eisen benutzt? Ähm... Das Eisen... Nein. Also fertig gemacht und eingepackt, damit wir es haben. Im Notfall. Okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ja. Okay, sehr schön. Ich glaube, der Enderman greift den, an der ihn anguckt. Ist völlig egal, wen er angefokust hat, oder? Ja, ja. Ich weiß das nicht genau. Nein, nein, nein. Nein, also wenn ich ihn angucke, tötet er mich. Wenn ich jetzt rausgehe und der da steht, ne? Ich flippe aus. Okay, warte mal. Wo war denn das Wasser? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, ohne das Wasser hier rein zu kippen. Kannst du das googeln? Okay, warte mal. Ausgang ohne Wasser. Nein, nein, nein. Wie lange hätte er... Du denkst auch nur an den Ausgang, ey. Ich habe es nicht... Okay, gehen wir mal nach hier oben, oder? Warte, dann baue ich mich jetzt hier so hoch. Genau. Da ist aber, glaube ich, Wasser, oder? Ne, da ist kein Wasser. Gut, du machst das. Du bist der Mann. Ich habe die Blume in der Hand. Ich bin immer noch allein. Hier ist das Wasser. Okay, gut zu wissen. Ist keine Kohle. Sieht aus wie Kohle hier. Dieses Texturenpack ist... Kann es sein, dass wir... Hier ist Kohle. Du hast Kohle gefunden. Cool. Kohle ist auf jeden Fall schwarz. Das wissen wir jetzt schon. Wie lange haben wir noch Zeit jetzt? Weiß ich nicht, Mann. Wir haben jetzt sieben Minuten aufgenommen und ich habe schon einen Herzinfarkt. Hier sind noch... Nimm die Kohle mit hier. Okay, 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 warte. Ich sollte mir mal einen neuen, äh, eine neue Spitzhacke machen, wa? Ich habe nämlich keine mehr. Ja, das wäre schon echt von Vorteil, Mann. Hast du noch irgendeine im Inventar, eine alte oder sowas? Ja, aber die ist fast kaputt. Ist egal, da kann ich wenigstens ein bisschen mit abbauen. Dann bin ich nicht total nutzlos hier. Ja, drei Steine gebe ich dir. Drei Steine. So, wie kommt man jetzt hier raus? Ich sehe den Ausgang hier nicht irgendwie. Einfach nach oben graben jetzt. Buddel mich jetzt einfach mal hier so lang. Und dann wieder zurück da in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Weil da ist so ein Berg, wo du dich gerade hinbaust. Ja, ja. Könnte sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir draußen sind. Warte mal, hier ist hier schon Erde. Erde? Okay, ich habe alles abgebracht, was ich konnte. Ich komme. So. Okay, hier bist du. Wo ist dieser blöde Ausgang? Einfach geradeaus weiter, du hast ihn gleich. Ja. Gut gemacht. Das ist natürlich jetzt optimal. Das ist super. Du kannst das ja noch irgendwie abdichten oder so. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, wenn das Landyman jetzt auf mich zukommt, ne? Mann. Wenn der auf dich zukommt, Mann, dann ist alles vorbei. Wir brauchen irgendwie einen sicheren Ausgang oder irgendwie so. Du weißt schon. Ein Schlag und ich werde tot, Mann. Ein Schlag und ich... Ich habe das echt nicht ernst genommen in der Sekunde. Ich dachte, du verarscht mich schon wieder. Nein. So wie letztens. Ich verarsch dich nie wieder. Ich sterbe, ich sterbe. Dabei bist du gar nicht gestorben. Du hattest den Spaß deines Lebens. Hallo, ich bin's. Komm, scharf killen. Yo, lass das scharf killen. Heilige Scheiße. Scharf killen und Holz holen vor allen Dingen auch noch. Und Holz. Sehr schön, genau, lass uns Holz holen, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall Äxte und so einen Scheiß. Äxte wären echt richtig gut, Mann. Wir sollten uns dann in der Höhle ausloggen. Also, da steht ja dann irgendwie, ne? In der Höhle. Für diese Folge geht das ja noch klar, aber danach müssen wir uns mal ein bisschen verteilen. Bei Alomatico machen. Bei Alomatico. Da ist der Slenderman. Warte mal, will er mich töten? Wirklich? Guck ihn nicht an. Guck ihn nicht an. Weiß ich nicht. Ich guck ihn nicht an, aber vielleicht will er mich töten. Ah! Hörst du diese Geräusche? Dieses Zip, Zip, Zip? Nein, 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 nein. Gut, dann ist alles gut. Aber der steht da hinten. Da ist der Herr. Oh Gott, der ist bei mir. Hör auf damit, Mann. Was macht der? Jagt er mich jetzt oder findet er mich jetzt nett? Weiß ich nicht. Oh, ist hinten auf dem Berg. Okay, er hat uns nicht gesehen. Alles klar ist. Weg. Weg ist er. Scheiße, Alter. Arsch, Mann. Die sind gruselig. Slenderman macht echt keinen Spaß, du. Komm nachher, du guckst ihm nicht ins Gesicht. Nicht direkt ins Gesicht gucken. Nein, tu ich nicht, Mann. Ich habe ihn auch eben nicht ins Gesicht geguckt. Also, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe nur kurz rüber geschwenkt und dann ist er auf mich zugerast. Scheiße, Mann. Ist das aufregend. So. Okay. Das ist echt aufregend, Mann. Ich kann da oben nicht hin irgendwie. Warte mal. Ich mache das mal so. Huckepack. Huckepack. Ich habe einfach Wolle hingesetzt. Könnten wir auch eine andere Höhle suchen. Da hinten ist zum Beispiel eine. Da hat die auch jemand reingebundet. Aber dann hätten wir unsere Sachen mitnehmen können, oder? Ja. Obwohl, wir können das auch da lassen und dann ist das übel verwirrend für die Leute, die wir... Ja, Mann. Siehst du, weißt du? Ich habe direkt irgendwie ein Sprachproblem. Digga, du hast mehrere Probleme und Sprache ist eins. Aber ja, Mann. Ich habe 99 Probleme und die Sprache ist eins. So. Yeah. Ich baue mal noch eine Spitzhacke für dich. Ich hole mir Häschen und alles Mögliche. Essen. Essen ist echt wichtig, Mann. Essen, ich hole die Erze und die Kohle. Okay? Ja, Mann. So, machen wir das. Ich brauche auf jeden Fall Sticks noch. Und dann geht's los. Vielleicht noch eine Axt, oder? Eine Axt wäre auch nicht schlecht, ja. Einfach nur, um sicher zu gehen. Doch, wir finden uns wieder. So, so, so. Okay, Kohle. Komm her. Komm in meine Tasche, Kohle. Du bist mein... Ich habe sie. Die Zuschauer denken sich wahrscheinlich gerade, oh, Holly, du bist gleich tot. Der Enderman lässt nie los. Er kommt gleich wieder. Ich denke, das tut er nicht. Kein Fallschaden allein hier. Ne, ne, das ist auch so eine Sache, Alter. Das ist so eine Sache, müssen wir aufpassen. Ja. Da ist eine Höhle zu... Da vorne ist eine Höhle. Habe ich doch gesagt. Lass uns zu dieser Höhle da. Ich habe da hingezeigt mit meinem Finger. Mit dem Fingerschwert? Ja. Hier ist noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Ich habe auch ein bisschen jetzt Fleisch gefarmt. Die Öfen kann man sich ja schnell selber basteln. Da haben wir ja genug. Da haben wir auf jeden Fall genug. Das stimmt. Und wir haben... Und das Eisen hast du mitgenommen, ja? Das Eisen habe ich hier. Vier Stück. Super. Gut gemacht. Ja, dann lass uns hier in die Höhle. Hier ist bestimmt jemand schon gewesen. Ich hoffe nicht, Mann, oder? Das wäre voll nah dran. Mann, hier ist noch mehr Kohle. Ich glaube, hier war niemand. Nee, hier war gar keiner. Aber die Höhle sieht irgendwie interessanter aus, Mann. Ich nehme das mal mit. Kommst du mit? Warte, ich baue das kurz ab, die Kohle hier am Anfang. Okay, okay. Alles klar. Ich mache mal hier, zack, eine Workbench für... Soll ich mir eine Eisenspitzhacke machen? Mach dir eine Eisenspitzhacke. Oder... Nee, nee. Save das Eisen, save das Eisen. Wir machen das alles mit, mit Stein. Echt? Wir haben genug Stein. Wir machen Steinspitzhacken. Das passt schon. Na gut, dann mache ich mir jetzt mal Steinspitzhacken. Wir brauchen nur Rüstung und sowas. Genau. Da unten geht es übrigens nicht weiter. Hier. Das ist auf jeden Fall eine Steinspitzhacken. Da unten geht es nicht weiter? Da unten geht es nicht weiter. No, das ist natürlich eine Sauri. Hier ist eine Sackgasse. Eine große, böse Sackgasse. Dann lass uns vielleicht... Da gab es irgendwie noch so einen Abschnitt hier in der Höhle. Lass uns mal so eine Höhle, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Creeper, Creeper, Creeper. Ah! Hör mal auf, Alter. Du machst mich hier verrückt. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Du machst mich hier echt verrückt. Weißt du, ich kann... Wenn es irgendwann mal wirklich tatsächlich richtig ernst wird, dann Pilze mitnehmen. Pilze mitnehmen, okay. Für Suppen und so ein Shit. Ja, siehst du... Für Suppen bin ich nicht zuständig. Da kenn ich mich nicht aus. Ich kenn mich damit auch nicht aus, aber Kohle, Kohle. Genug Kohle für alles. Okay, ähm... Das ist echt spannend. Ich hab schon Level 4 erreicht. Wir können schon ein bisschen was verzaubern. Oh, ich hab 7. Wenn wir... Wo bist du denn eigentlich? Ich bin hier im Gang noch. Ich baue die ganze Kohle ab. Das gibt übrigens auch gut Level, ne? Also mach das auch. Na gut. Dafür, dass wir hier... Weißt du? Ja. Als ob ich einen Plan hätte von Minecraft. Hör nicht auf mich. Mach, mach, was dir Spaß macht. Weißt du? Lebe dein Leben, wie es dir gefällt, Mensch. Na ja, Erfahrungspunkte geben... In der Hölle gibt es ordentlich Erfahrungspunkte. Hätten wir eigentlich auch hier hingehen können. Ja, da brauchen wir erst mal equipment, Alter. Du weißt schon genau, wenn da jemand kommt, Alter... Der ein bisschen böse ist und uns irgendwie töten will, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, ne? Wenn wir dann nackt sind, das kommt nicht so gut. Ne, ne, gar nicht. Okay, warte, das nehme ich hier noch mit die Kohle hier unten. Die 15 Minuten sind übrigens gleich vorbei, ne? Wir sollten uns dann irgendwie hinter eine Wand reinpacken. Du hast Kohle übersehen. Oh nein. Mensch, Gronkh, du hast Kohle übersehen. Na ja, tun wir mal jetzt leid. Ich budne mich gleich rein in die Erde. In die Erde. In die Erde. Das ist noch so ein Schaf, das können wir auch nochmal mitnehmen. Essen. Essen ist das wichtigste Gut. Und jetzt ist es unten. Okay, das springt mal ins Wasser. Ne, meine ich. Also ist mir jetzt... Oh Gott, bist du das Wahnsinn? Da gehe ich lieber den sicheren Weg. Und alleine Fallschaden. Sehr schön. Wo ist denn das Fleisch hin? Ah, hier, bei mir ist es... Ah, nee, das ist ein anderes Schaf. Ich habe das Fleisch und das Schaf und die Wolle. Das ist ein Creeper. Das wird dunkel. Es wird dunkel und wir sollten jetzt gleich in Erde rein. Wir sollten gleich in Erde rein kommen. So, also meine Folge war spannend. Leider ist keine nachgejoint, keine auf dem Server, aber... Man, wir haben es... Weißt du, wir haben es groß angesagt. Wir haben gesagt, los ihr Lappen, kommt. Wir sind jetzt da. Ja, ganz groß. Wir wollen jetzt. Wir sind jetzt hier bei Koordinaten XY und Z. Holt uns. Ja. Meine Anzeige funktioniert nicht, wo ich die Koordinaten anzeigen kann, aber ansonsten... F3? Dann gehe ich euch gezeigt. Dann gehe ich jetzt. Die Taste ist... Die ist weg. Die Taste ist ausgeploppt. Ja. Okay, wir machen... Wir müssen jetzt unbedingt rein, Alter. Ohne Scheiß. Ja, irgendwo rein jetzt hier, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt hier rein und bauen uns Uri ein. Wie lange geht denn die Folge noch? Ähm, wir sind jetzt bei 14 Minuten, steht bei mir, aber wir haben ja nicht direkt angefangen. Das heißt, noch so zwei Minuten, denke ich. Zwei Minuten, okay. Ich nehme noch die Kohle mit. Okay, ich brauche ein bisschen, weißt du, ich mache mal ein bisschen, ähm... Fackeln. Fackeln sind gut, ja. Fackeln... Kannst du mal kurz aufpassen? Ich passe auf, ich passe auf. Mein Auge schweift zur Sicherheit. Dein Auge schweift zur Sicherheit. Ich mach mal nochmal ein bisschen mehr. Ich werde dich beschützen mit allem, was ich hab. Der Mond ist aufgegangen. Ich hab ganz viel Angst jetzt. Wenn jetzt hier was reinkommt, ne? Dann haben wir ein riesiges Problem. Warte mal, ich baue mal ne... Ich hab ne Fackel. Ich bin ein Profi-Fackelbauer. Du bist ein Profi-Fackelbauer. Oh, ich hab die Kohle weggeschmissen. Guck mal, wie ich Fackeln setze. Wie ein Profi! Wow, es ist so hell hier. Ich bin geblendet. Okay, bist du bereit? Bist du bereit, um hier auszuharren? Ja. Ich will echt nicht rausgehen. Nee. Wenn jetzt hier so zwei, drei Skelette kommen, ne? Ach, komm! Wir haben nichts an. Du unterschätzt das, du unterschätzt das. Ja, ja, ich unterschätze tatsächlich. Vor allen Dingen den Hardcore-Modus. Ja, eben. Ei, ei, ei. 15 Sekunden wären wir gekickt. Lass uns hier irgendwie... Oh, 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 oh. Einbauen. Einfach hier reinbauen. Ich baue mich hier unten ein, okay? 10 Sekunden, ja, ja. Und, ähm, schön. Ich platziere Erde. Und ne Fackel setzen. Und ich bin ready zum Ausloggen. So, ich bin auch ready zum Ausloggen. Wir sind draußen. Ja, wir haben wieder eine Folge. Die Aufnahmeseite ist aufgebraucht. Du wurdest deshalb gekickt. Wir wurden gekickt. Ich dachte schon, ich hab einen Fehler gemacht. Alles klar, Mann. Wir haben noch einen Tag überlebt. So halbwegs. Ey, eins schlag und ich werde tot. Das ist so krass. Oder wie knapp das ist? Ja, der hat mich zweimal gegeben. Bam, bam. Fein Kontakt. Und dann hab ich schon... Ich hab schon überlegt, wie ich die Abschiedsszene mache. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Du bist zum nächsten Mal. Ich zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.